so moin moin und herzlich willkommen zu einem weiteren rush royal video auf dem kanal der taker ja herzlich willkommen zu diesem donnerstags video das heißt die woche ist bald geschafft heute ist ein neues art von angebot hier aufgeploppt essenzen von random 20 hammer und 3000 essenzen die 20 hammer sind schon sehr verlockend aber essenzen habe ich mehr als genug deswegen ist das angebot für mich tatsächlich nicht so wirklich praktikabel aber vielleicht für euch ich würde noch mal ein bisschen mit euch über das update reden wir haben auch noch ein paar nachrichten dazu bekommen vom entwickler team und zwar wurde gesagt dass es ein gigantisches update war was ich an vorrangig kleinere in anführungszeichen neuere spieler richtet die sich dann besser ausrichten können es gibt jede woche immer wieder nachrichten von leuten die zum beispiel nur eine legendary haben und genau diese dann natürlich verstärkt haben wollen und um das entgegen zu wirken wurde dieses update so geplant und überdacht wie es ist und ich bin der meinung das ist auch eine gute sache ich habe es ja euch schon mal diktiert an einem beispiel bei mir mit dem beschwörer nach einem alten update hätte ich jetzt erstmal mit glück irgendwie drei beschwörer zusammen kriegen müssen was unter umständen auch drei monate dauern kann ja sind wir ehrlich aus jeglicher quelle da mal drei beschwörer rauszukriegen ist auch nicht so easy und jetzt kann ich hier einfach mit meine glocken in die legendären beschwörung gehen mir dort beschwörer holen ich kann im event mir theoretisch jetzt drei neue einheiten holen hier unten über die box die es hier gibt die truhe der wahl dann gibt es im battle pass auch glaube auswahl tun da können wir gleich mal gucken ich habe glaube sogar eine frei und deswegen ist das update meiner meinung nach sehr sehr gut so kann noch mal kleinere spieler sich gezielt eine andere einheit holen und ihr solltet euch nicht von euren ersten gefühl leiten lassen die gefühle sind nicht immer ja die realität man muss es auch erst mal eine chance geben und erst mal über denken und sich angucken und genauso mit gestern abend hatte ich mit andy im aus unserem klaren discord call nachts und da habe ich auch gesagt am ende ist es eigentlich genau dasselbe wie vorher jetzt kauft ihr euch keine magischen kristalle mehr aber ihr meckert ja dass man oder viele meckern ja dass man keine experimentiert tokens habt ja dann kauft ihr euch halt mal also jetzt das geht jetzt an die die vorher schon viel gecached haben dann kauft man sich halt jetzt dieses pack hier am ende ist es doch wahrscheinlich wenn man es mal überschlagen würde einer statistik genau dasselbe ob ich mir jetzt hier experimentiert tokens kaufe oder halt magische kristalle nur dass ich so etwas gezielter auf mein ziel komme ja es werden sich probleme auf jeden fall angeschaut und über die season jetzt und geguckt wo wirklich große probleme ausgemacht werden und die werden auch angegangen einige sachen die jetzt schon auf der liste stehen sind matchmaking inklusive bots dazu ereignisse auf die beklemblichkeit der auswahl der dinge was auch immer das genau bedeutet und divisions und ranglisten werden sich auch genau angeschaut das bedeutet nicht dass andere sachen sich nicht angeschaut werden und auf die ein oder andere weise bearbeitet werden ja außerdem gibt es dann auch noch mal was zu den heroischen helmen da kommt nämlich nachher in den supporter des tages habe ich schon gesehen die frage wann die nun wiederkommen das kann ich euch tatsächlich nicht sagen wann die wiederkommen uns wurde nur noch mal ausdrücklich gesagt dass dort pläne sind mit den heroischen helden dass die zurückkommen aber es ist nicht mal klar wie die zurückkommen vielleicht kommt es am ende auch ein bisschen besser zurück und man braucht kein ich will nicht weiter darauf eingehen weil es halt noch ein bisschen schwammig ist da ist was in planung wie gesagt da müssen wir den leuten vielleicht auch einfach vertrauen dieses spiel ist schon seit über drei jahren und top halten muss man ja auch dazu sagen und ja ich würde sagen gibt den ganzen ersten chance probiert selber erst mal zwei drei wochen aus wie viel glocken ihr zieht wie viele legendaries ihr dadurch euch holen könnt und ja das wäre so mein anliegen an euch so ich würde sagen wir gehen heute weil wir die 7k tatsächlich geknackt haben auf entspannt gestern nacht tatsächlich ein sieger ein niederlager hatte ich ansonsten noch mal zwei siege geholt entspannt gestern nacht deswegen haben wir die 7002 g knackt die belohnung dafür würde ich dann mit euch später abholen und wir können mal gucken der legendenshop ist jetzt frei theoretisch könnten wir uns jetzt hier hammer kaufen oder auch medaillen und hier ich habe schon fast überlegt ob ich hier reingehe in die amulette fünf mal zumindest aber es wären 1000 davon ich habe nicht mal 1000 das heißt ich müsste mir kaufen müsste ich hier 2000 kristalle ausgeben um 1000 fragmente zu bekommen ich glaube das ist am ende nicht so ein guter deal werde ich wahrscheinlich lassen mal schauen so ja und deswegen hatte ich überlegt dass wir heute noch mal zusammen auf entspannt in das event gehen und uns hier noch ein zwei sieges raus packs vielleicht holen also hier siege und da würde ich gerne mal so eine kiste aufmachen und schauen ob da vielleicht null bis drei irgendwas raus springen das wäre doch ganz cool mal schauen so wir nehmen den tesla ja komm ritterstatue geht schreddermeister ein bisschen bonus mana vielleicht und alle können gar nicht schlecht und dazu nehmen wir uns den trickser so ja wir müssen kette nehmen professor auf dem ersten talent bringt nicht wirklich viel und dann würde ich pack das veteran nehmen verschrottung und das sollte passen let's go rein da fallen orange fast identisches deck naja nicht ganz ist schon ziemlich anders wir schauen mal dann hier hin und zack was ist denn jetzt los will er nicht spielen auch kommen im tesla hätte ich gern gespielt ja kette mit dem talent ist eigentlich auch nicht so schlau ja vielen lieben dank für den free win und der live support vom vegeta meister kuss 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 das waren schöne 300 punkte die nehmen wir doch mit let's go ich glaube ich werde heute nicht mehr allzu viele stacks sammeln können aber vielleicht mal ein zwei so eine kisten aufmachen wir haben da trotzdem eine zwei prozent chance drin von dem er ja erwarte ich mir da jetzt nicht so viel uns draus kommen wir nehmen heute machen der dreid mit jetzt mal und schwert flicker wir nehmen den flicker jetzt geht es nicht ab passt auf das denke ich immer alles so wie es eingestellt ist so schwert erwachen ja let's go jetzt geht es hier ab mit dem flicker english lions da können wir nämlich überflüssiges dann weghauen mit das heißt wir gehen hier rein bekommen jetzt was was hier irgendwie uns gar nicht passt können wir es einfach wegschweißen das ist auch mal was zum beispiel den warm und weg mal schauen ob das irgendwie ob das irgendwie gut ist was wir hier machen wir können auch theoretisch damit um positionieren können wir auf ein leeres feld ich glaube nicht ne leeres feld geht nicht können wir das hier so ein bisschen um positionieren eigentlich gar nicht schlecht ich glaube das ist auch noch ziemlich neu dass der damit drin ist aber wir müssen hier diese schadensladung auch noch einsammeln zack genau da kriegen wir nämlich hier diese tollen sage ich mal ich würde sagen wo ist das feld jetzt hin ich sehe es gar nicht mehr dann machen wir den hier dann haben wir den geladen und wieder dieses schnelligkeit amulett ein bisschen eingesammelt erwacht das schwert wenn es funktionieren würde wäre geil aber die anderen talente hätten ok müssen wir jetzt hier ein auf den machen dann kriegen wir hier nochmal das amulett mal hierhin vier prozent ich weiß gar nicht was jetzt maximum ist sieben war glaube ich das maximum oder sowas aber halt für alle das ist das gute daran sehr schön Roboter als Gegner mal schauen Roboter hält auch lange durch wenn man PvP so gegen den spielt der kann schon lange durchhalten ich würde mal ausprobieren ob das hier irgendwie vielleicht reicht das reicht nicht aus im geilsten wäre sowieso gewesen wenn wir den irgendwie mittig hingestellt hätten war ja der so ich weiß gar nicht hat der das auf der ersten stufe gute Frage gerade wo sind unsere amulette hier unten ist eins und dort auch ne warte mal dann ziehen wir den 1er da hin mach kurz können wir da nicht entspannt drauf merchen genau so jetzt haben wir nur noch die da übrig tatsächlich müssten wir jetzt schon Glück haben dass wir noch irgendwie mal noch ein 3er Dread bekommen hierdurch zum Beispiel ne den können wir jetzt aber wegschmeißen in unseren Flicker rein das passt ah ja am Ende der Rave verändern sich ja nochmal die Felder das ist geil das ist eigentlich gemacht wenn man das ist gut gemacht wenn man Boardstuck ist oder so dann geht es dann trotzdem noch weiter das ist cool sieht gut aus mit unserem Deck hier die gute Flicker da habe ich auch der Mino den können sie echt mal ein bisschen besser machen das muss ich wirklich mal sagen Flicker for President Kappa so jetzt haben wir aber nichts mehr geladen hier boah der hittet uns echt mies ich hoffe das Ding werden wir gewinnen einfach noch eine Rave jetzt hier aussitzen dann haben wir das Ding glaube ich gewonnen auf ganz entspannt heute mal auf ganz entspannt auch das ist auch zum Glück bald wieder rum ich setze es jetzt aus hier oder oder wird es zu knapp mit aussitzen auch kein Mist jetzt hier ich will nicht wieder im letzten Moment verlieren wenn wir hier was reingeben dann spuckt der auch nochmal ne ja okay ja Bruder das war es gutes Spiel und diese Animation auch sehr sehr nice die kommen sehr gefährlich cool Spiel kleiner Feuerzahn also hier back im Event oder ja ist im Event let's go wir öffnen jetzt die Truhe und alle anderen Belohnungen vielleicht haben wir ja Glück auf die 2% Chance 25 Rüstungstragmente 500 Gold und nichts schade ja überlegt euch mal ihr zieht hier weiß ich nicht dreimal den Sehbär raus das muss doch weiß ich nicht wer so ein Screenshot hat gerne zu mir diesen Screenshot aber sowas von schnell so ansonsten haben wir hier nämlich glaube ich diese Chest die wollte ich mal abholen äh oh wir haben ja viel ne zum einsammeln ne warum kann ich nicht einzeln einsammeln doch kann ich okay die Chest hier ist das nächste ich glaube da können wir uns auch aussuchen was wir kriegen oder yes Event ist nicht mehr drin oder ne Event nicht dann wird es der Beschwörer let's go 7 von 14 Hälfte haben wir hier gibt es nochmal eine Random Hexe okay 100 Münzen und ich glaube jetzt können wir alles sammeln den Rest sehr schön und jetzt haben wir noch die Belohnung hier für 7.002 Trophäen ja bei 7.000 gibt es die einfach auch hinzugefügt nochmal 4 Legendaries let's go nochmal der Beschwörer jawohl der Harlekin auch sehr gut ähm obwohl brauchen wir irgendwie gucken wir gleich Schreddermeister haben wir schon Frost brauchen wir auch noch also ja 3 von 4 die wir brauchen sehr gut der Harlekin brauchen wir auch noch ja Harlekin brauchen wir auch noch 14 Stück ja sehr schön und wir haben tatsächlich genug Karten um den Frost aufzuwerten auch wieder 12 Crit so und jetzt hätten wir erst wieder magische Kristalle für 90 Euro kaufen müssen nach dem alten Upgrade also ja ich weiß nicht aber eigentlich ist es schon deutlich dass man mit neuen Updates auch schneller und mehr leveln konnte oder was ich jetzt die Woche an Legendaries gelevelt habe das hätte ich in der alten Version weiß ich nicht in zwei Monaten nicht gemacht glaube ich aber ja lasst es erstmal ein bisschen auf euch zukommen oh was gibt es hier nochmal epischen Token let's go und erstmal ein bisschen Zeit geben den Update und ja das wäre so meine Bitte an euch und dann würde ich sagen kommen wir zu den Supportern des Tages angefangen mit Alex Proxy danke für die guten Videos sehr gerne Everlast ist mit am Start Yoma Dings und so ist am Start Speedprank zweimal mit am Start der wollte gestern glaube ich sein Amulett leveln ich hoffe das hat geklappt so gut vielen lieben Dank Flamongo ist mit am Start Servus Error Michael ist am Start DN Greg dann der Sci-Fi ab wann darf man die Event Helden wie zum Beispiel Zeus mit den neuen Event Währungen kaufen wie gesagt hatte ich vorhin schon drauf so geantwortet so wie ich es kann und wie ich es weiß dann noch der DN Greg vor 56 Minuten und hier im Live Support vor 10 Minuten der Vegeta Meister vielen lieben Dank Gruß an den dicken Nick Noob und Chris soll mal der Taker supporten ja kann man auf jeden Fall machen vielen lieben Dank Vegeta Meister für diesen Aufruf und ja ich denke die meisten von euch werden das schon machen ja hier habe ich jetzt leider was mit Seben hier das ist natürlich Quatsch der Eilauftrag ansonsten ja morgen gibt es auch noch mal ähm 30 Glocken im Anmeldebonus das heißt morgen könnten wir auch wieder die Glocken klingen lassen theoretisch nochmal einen Beschwörer holen 3 könnte ich noch aus dem Event holen also ich denke dass wir die Woche noch den Beschwörer auf 14 zumindest erstmal leveln können und dann könnte man theoretisch Glocken sparen bis da wieder die Fraktion drin ist oder halt ja erstmal dann auf die nächste gehen zum Beispiel wenn jetzt nächste Woche hier vielleicht der Harlekin mit dabei ist man weiß es nicht dunkle Domäne werden wir sehen und dann werde ich das ja danach entscheiden wie wir das machen ansonsten bedanke ich mich bei allen Supporter des Tages bei allen die das Video schauen und bei allen die einfach den Kanal hier supporten das könnt ihr auch tun falls ihr es noch nicht gemacht habt indem ihr einfach ein kostenloses Abo hier rein flattern lasst vielleicht die Glocke aktiviert das würde mich sehr sehr supporten und dann ja könnt ihr gerne morgen 18 Uhr wieder vorbeischauen würde ich mich drüber freuen und dann sage ich mal bleibt gesund haut rein und ciao trickle throw your sticks and your stones go break all of my bones you won't eat my soul you can't get to me And there is no barricade